Go Ninja, Go Ninja, Go! Go Ninja, Go Ninja, Go! Go, Go, Go! Konnichiwa, ihr Ninjas da draußen. Heute wieder zu einer Folge Super Mario Odyssey. Zusammen mit mir, MG muss mit auf dem Gaming Ninjas Kanal. Und ja, wir haben noch ein paar Monde vor uns hier. Versuchen, dass wir nicht unbedingt den Kälteschock wieder sterben. Das wäre natürlich blöd. So, und wir haben hier wer einer. Wo ist denn der? Hier ist ein P-Switch. Dann drücken wir den mal. Oh, da müssen wir so schnell wie möglich hinkommen. Nein, fuck it. Schade, jetzt so langsam. Können wir gleich nochmal probieren. Probieren wir es mit dem Fischi. Ich weiß es nicht. Autsch. So wollte ich es jetzt nicht ausprobiert haben. Mann, wieder zu langsam. Das gibt es nicht. Ja gut, vielleicht müssen wir es doch mit Fischi probieren. Das gibt es ja nicht. Das ist ja blöd. Jetzt darf ich natürlich kein Damage mehr kassieren. Wäre natürlich praktisch. Ah, komm. Ach komm, wieder zu langsam. Okay. Vielleicht müssen wir Fischi vorher schon haben. Dass das funktioniert. Da drehen wir uns gleich mal. So ungefähr. Und dann auf den P-Switch. Und dann ab geht's. Oh, gerade noch erwischt. Puh. So, haben wir. Und wieder auch volles Leben. So, dann hat man ja noch die Rennen hier drüben. Da war ja, war ein guter Tipp in den Kommentaren. Deswegen probiere, äh, gucke ich da nochmal. Ob das so ist oder auch nicht. Das sehen wir ja gleich. Ob da einer ohne Mütze ist. Den ich mir einverleiben kann. Und so natürlich das Rennen machen kann. Wäre natürlich praktisch. Da ist wirklich einer ohne Mütze. Einer ist ohne Mütze. Plupp. So, dann machen wir hier mal. Das Rennen. So, der Gewinner hält einen Mond. Jo. Dann machen wir das. Und holen hier das Rennen. Der Schlotter, äh, Grampi, Klasse A. Ja, wir werden mal natürlich bis zur C-Klasse oder so fahren, äh, probieren müssen. Drei Runden haben wir. Ja, nicht unbedingt zu viel schütteln. Ja, probieren wir es erst mal so. Nicht unbedingt im Schnee landen. Ja, natürlich super. Oh, mit dem Springen kommen wir eigentlich relativ schnell voran. Oh. Ah, ich bleibe lieber bei der B-Taste, als hier rumzuschütteln. Hier Gas geben. Ich glaube aber, es wird knapp hier. Oh, wenn man im richtigen Moment trifft, wird man schon ein gutes Stück schneller. Fuck. Da lande ich im Schnee. War jetzt nicht unbedingt das Optimalste hier. Ich bin halb fünfter. Ohne Witz. Das geht so nicht. Oh, ein bisschen abfähren. Das Strecke gerade mal. Äh. Ich komme halt auch den NPCs hier nicht näher. Außer die machen hier jetzt ein paar kleine Fehlerchen. Die ich mir hier zu eigen machen kann. Und das haut so gerade noch hin, dass wir Erster werden. Huh. Wir haben dann noch ein Rennen normalerweise. Juhu. Neuer Rekord. Die letzte Runde war halt natürlich wieder die beste. So wie es sein muss. So, einen Mond. Vielen Dank. Dankeschön. Dann haben wir hier noch einen. 500 Monde hält man laut Käppi. Aber das interessiert mich jetzt gerade mal nicht. Wir wollen natürlich hier das B-Rennen. Oh, Klasse. S. Zwischen A und S. Einfach mal alle Buchstaben ausgelassen. So. Und dann versuchen wir mal hier Gas zu geben. Und das von Anfang an. Oh. Die kann der war blöd hier mitgenommen. So. Äh. Wieder in Springen reinkommen. Ah. Einen schön vor der Bahn gekegelt. Oh. Gerade noch die Kante übersprungen. Und die ersten zwei werden hart. Ah. Wieder die Kante so blöd mitgenommen. Ah. Ein bisschen Zeit kann man da schon sparen. Aber jetzt auch nicht allzu viel. Man muss halt wirklich im richtigen Moment hier den Sprung timen. Dass man da so einen richtigen Boost da vorne bekommt. Muss natürlich da schon abgehen. Alter, ich muss... Ich sehe halt die ersten drei. Da muss ich halt hinterher kommen. Und auch überholen können. Das wäre halt jetzt wichtig in der letzten Runde. Die überholt zu bekommen. Das bringt mir halt da nichts, wenn ich dann... Ah, fuck it. Hinter den reinkomme, aber das ist ganz knapp. Das wird so nichts. Muss ich nochmal probieren. Das muss ich nochmal probieren. Ich war gut unterwegs. Ich habe eine neue Bestzeit. Eine persönliche Bestzeit hier aufgebaut. Aber es hilft halt nichts, wenn ich dann nur Vierter werde. Deswegen probieren wir es gleich nochmal. Oh ja, ja. Ich will einen Mond gewinnen. Für mich. Und deswegen, komm. Es muss gehen. Ich darf halt am Anfang nicht den Käse bauen hier. So, ein bisschen kullern und dann geht es schon ab. Oh, gut. Mitgenommen alles. So, ja. Trotzdem nur Dritter. Gerade mal. Oh, komm schon. Gleich. Oh. Um die Kurve. So eng wie möglich. Eigentlich relativ gut durch die Schikane hier gekommen. Aber dann hier wieder den Ramp mitgenommen. Hier auch wieder den Ramp mitgenommen. war glaube ich nicht so gut, was ich da getrieben habe. Oh, komm schon. Es kann doch nicht so schwer sein, die zwei jetzt da einzuholen. Ah, ich bin gut dran. Ich muss halt Erster werden. Komm schon. Oh, haarscharf werde ich Erster. Hui. So, dann haben wir den Mond auch. Da bin ich ja froh drum. Alter. Das war echt jetzt knapp. Was für ein Rennen. Und danke für den Tipp in den Kommentaren. Müsste ich jetzt nachschauen, wer ihn geschrieben hat. Ich weiß es jetzt leider nicht. Es tut mir leid. Dann haben wir den Mond jetzt auch. Schnee. So, gibt es da jetzt noch einen? Wem sind die Preise? Ah ja, gut. Wenn ihm die Preise ausgegangen sind, dann wollen wir gar nicht mehr. So, tschaui. Dankeschön. Für die zwei Monde. Dann können wir ja munter weiterstopfen. Ähm. Ja, ich glaube hier drin sind noch ein paar. Also, erst mal grob die Richtung hier. um dort die nächsten zu bekommen. So, aber hier ist noch irgendwo einer. Ah, der ist da oben. Okay, so kann ich nicht hin. So, mal gucken, ob ich so hinkomme. Na, komm. Bin ich zu weit weg? Nein, so wollte ich es nicht. Na, was ist denn los? Nochmal. Nochmal. Äh. Ja, okay. Ich bin auf die Kante aufgekommen. Das erklärt natürlich viel. Deswegen probieren wir es noch mal. Das geht so. Dass ich da hochkomme. Minimum. Anders wird es sicherlich auch gehen, aber das wäre jetzt fast lahm. Na, was ist denn? Äh. So, endlich bin ich oben. Hat ja nur zigtausend Jahre Gebrauch, bis ich da oben bin. Dann kann ich ja hier reinspringen. Hier gibt es ja natürlich auch noch ein paar. Ich muss auch den Mond noch kaufen, den einen. Den einen muss ich noch kaufen. Dann machen wir auch gleich mal, dass wir uns den Mond kaufen. Ein paar Schneeflocken fehlen mir noch. Hallöchen. Ich hätte gern einen Mond. Danke. Nicht zehn Stück. Einer reicht. So, dass der natürlich auch dazu zählt. Dann lassen wir den auch mal haben. So, den haben wir. Mir fehlen auch noch 21 Schneeflocken. 21 Stück. Ist jetzt nicht unbedingt wenig. So, dann weiß ich vom Speedrunnen hier. Was hier auch einer ist. Dann haben wir den schon mal. Dann haben wir hier hier die Hinweiskunst. So, die Hinweiskunst haben wir. Weiß zwar nicht, was mir die hilft, aber... Nope. So geht es nicht. Irgendwie muss ich da hoch. Auf einem anderen Weg geht es glaube ich nicht, dass man da hochkommt. Deswegen probieren wir es nochmal. Äh, was ist denn da los? So, oben. So, dann ist da der nächste Mond. Ein paar Tricks muss man schon drauf haben. So ist es nicht. So. Dann sind wir hier oben. Ich weiß halt nicht, wie man da anders hochkommt. Echt kein Pfeil. Und hier ist auch nochmal einer. Den nehmen wir natürlich auch mit. So ist das nicht. Wir sind ja nicht bei armen Leuten hier. So. Was bist du? Ich bin mit einem Kumpel von mir hierher gekommen, aber er hat sich irgendwo verkrümelt. Er steht nicht so sehr auf diese Kälte. Höchstwahrscheinlich hat er sich an jemanden... Was? Jemand warmes gekuschelt. Okay. Ah, hier ist noch, äh... Peach. Peach hat mir auch schon gefehlt. In diesem Land friert man sich ja die Krempe... Was? Krempe kaputt. Aber drinnen ist wenigstens völlig warm. Ob die Rennen, die sie hier veranstalten, für Wärme sorgen? Ich würde ja gerne an so einem Rennen teilnehmen. Wir haben einen Mond gefunden. Er war im Schnee vergraben. Jetzt gehört er dir. Danke dir, Peach. Das nehme ich natürlich gerne. Weißt du, worauf ich... Was? Woran ich oft denken muss? An den Duft des Meeres. Ich glaube, dorthin sollte ich noch mal reisen. Ja, macht es, Peach. Äh, ja. Quatsch mich nicht voll. Passt. Wir sind soweit fertig. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen heute. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. und, ja, hier sind noch ein paar Videos für euch und, ja, Daumen nicht vergessen, Kommentare. Ich sag ciao und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.